Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder, Ihr Matthias Koch von online-geld-verdienen.tv Ja, was machen wir heute mal? Was will ich Ihnen heute erzählen? Ach, wissen Sie was, das Wetter ist gerade so schön. Ich denke, wir gehen erstmal nach draußen in den Garten. Tja, da sind wir nun mal im Garten. Und was stellen wir fest? Die Sonne ist weg. Na sowas. Tja, was sagt uns das? Ich war nicht schnell genug. Ich hätte sofort, als ich gesehen habe, dass die Sonne scheint, in den Garten gehen sollen. Nun habe ich keine Sonne mehr. Schade. Aber was hat das nun mit dem Thema online-geld-verdienen zu tun, werden Sie sich vielleicht berechtigterweise fragen. Nun, das will ich Ihnen natürlich gerne erklären. Wenn Sie eine Idee haben, wenn Sie meinen, Sie haben irgendwas gefunden, worüber Sie eine Webseite oder einen Blog gestalten sollten, dann fangen Sie sofort damit an. Starten Sie sofort durch. Geben Sie Gas. Denn wie mit der Sonne, die mittlerweile glücklicherweise wieder da ist, fällt es sich auch mit den Webseiten und Blogs. Sie sind nicht alleine. Es gibt genug andere Blogger und Webseitenbetreiber, Webmaster, die Ideen haben und diese Ideen umsetzen. Warten Sie also nicht zu lange, bis die Sonne weg ist, sondern gehen Sie sofort an die Arbeit. Das war die Message dieses Videos. Mehr Tutorials und Blogbeiträge zu interessanten Themen, wie Sie online Geld verdienen können, finden Sie auf online-geld-verdienen.tv Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und einen sonnigen Sommer. Ihr Matthias Koch Bis zum nächsten Mal. Wie geht es um auch um das? Ich nehme eine sehr